willkommen zurück bei elex weiter geht's richtung hütte weitere richtung verbotenes tal dauert noch eine weile so wir hätten auch noch ja wir haben halt auch noch so ein paar punkte übrig ein paar attributs punkte und sogar noch vier lang punkte aber ich weiß nicht genau attributs punkte 7 von 28 ich brauche hier zwei punkte um den um einzusteigen oder wie tatsächlich ach du scheiße okay da sollte vielleicht das ist unser erstes cap bei 30 vielleicht bei allen liegen geschicklichkeit braucht man auch eine gerissenheit brauchen wir auch ich spar die erst mal auf ich muss sagen mir macht das kampfsystem mittlerweile so viel spaß seitdem ich jetzt außer diese ausweichrolle seitdem ich jetzt seit mehr so ein zwei folgen geraffter wie das wirklich ganz gut funktioniert schon richtig bock auf klettern mehr auf kämpfen ja zu einfach eine schlachterhose halbpflanze elektro schlott schrott elixit 36 kleiner weißer stein einfacher holz aber wisst ihr was mir fällt da noch was ein bevor wir vielleicht zu dem verbotenen tal gehen gleich ist die hose besser als unsere die hat rüstung 4 und die hat auch rüstung 4 er stand ja auch da plus 0 hinten ist irgendwas wir können mal eckert ein paar auf die fresse hauen im tal der lager der mitte das ist hier nicht so weit weg das müsste es ist da hinten mal kurz schauen genau das weiter in die richtung einfach geradeaus richtung westen in dem fall ich war gerade selber irritiert richtung osten natürlich folgen die mir da unten sind zwei ich weiß nicht ob ich die noch neu kriege ich da mal versuche fast kaputt ey hat sich ausgetestet gleichzeitig zugehauen ich finde das geil dass das geht denn das geht halt auch nicht in jedem spiel sehr gut so jetzt kriegt eckert ein bisschen was man uns zu spüren von unserer macht hoffentlich das war jetzt noch mal ein kleiner umweg aber da habe ich jetzt direkt bock drauf ich habe ja gesagt so wie wir das beil tragen können versuchen was doch mal gegen gehen das machen wir auch das sind drei geht es da hoch zum lager der mitte was ist das für ein weg wird zeit dazu dass wir alchemie können dass wir da selber mal die heiltränke zusammen friemeln können was das da hinten grau und grau sieht man kaum im wasser steht und so ein komisches firum sieht für mich jetzt aus mal ein bisschen zu mächtig wieder aus ah ja genau wir sind schon beim lager damit ja wunderbar da sind die beiden grünen fähnchen oder banner doch nicht was shit wird nicht für jeden reichen aber für zwei da kommt schon das ist der rechte angezeigt schon nur ein fall ah ok das ist der hässer der hat mehr leben hätte ich auf fach ich hätte die anderen mutanten ich dachte das waren drei mutanten das ist natürlich schlecht ja das shit ach mist hier sind wir also da drüben lief die kleine herde rum das hatte ich gerade nicht gesehen weil der mir dann auch nicht angezeigt hat ne der hat mir die ganze zeit den mutanten angezeigt aber mir war schon klar dass ich halt auf den anderen schieße aber ich bin auch davon ausgegangen dass die dass das halt drei normale mutanten sind waren es nur leider nicht aber gut zu wissen dass ich die mit pfeil und bogen ohne probleme erledigen kann okay jetzt kommen sie gar nicht so und dann können wir es gegen die anderen probieren ok der blockt auch ok kann man umschubsen da steht das war zu spät ha ausgetrickst also der ist aber na ok ich könnte keine 3er 4er kompo machen ok das ist ganz gut wenn wir das so mit eckhard machen könnte das was werden könnte könnte ach na eben der hat ja dann keine ausdauer mehr bei den tieren geht das immer nicht runter mit der ausdauer aber bei denen schon und exploit wäre es jetzt wenn ich einfach weiter drauf kloppe ohne dass der sich mal regenerieren kann aber ganz so fies will ich nicht sein jetzt hat er mich fast gehabt ja 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 ok dürfte nicht mehr viel haben oh fack ok einmal vielleicht noch die schöne kommen Nein, daneben! Der haut daneben! Das ist doch nicht dein Ernst! Nein! Wie knapp! Gab es nicht so einen Luftangriff oder ist das so ein Talent, was man erst irgendwie da lernen muss. Ich finde es aber gerade ganz gut, dass er da nicht runter fallen kann. Okay, Unachtsamkeit. Ah fuck! Er hat nochmal zugehauen. Ich dachte es ist rei. Bleibt bei dem Einschlag, weil er nicht so viel Ausdauer hatte. Okay, komm her. Äh, ja okay. Wir haben uns beide gehauen. Bye! Seht ihr manchmal... nicht unbedingt alles ab. Ich heile mich mal. Sicher, sicher. Er hat auch einen gebrochenen linken Fuß. Man sieht da seine Gipschiene. Ich will jetzt hier auch nicht zu hart mit dieses Gericht gehen. Sehr gut. Jawohl. Noch zweimal. Oh, jetzt ist er. Ich will auch nicht jedes Mal mit dem Jetpack weg, um mich dann zu heilen. Wir kriegen den so oder halt nicht. Wenn er den Hammer in beiden Händen hält. Ah shit, jetzt hätte ich gedacht, er macht doch mal einen zweiten Schwung. Shit. Ah, da kann die manchmal ganz gut ablocken. Sehr gut. Ich habe es auch langsam so im Rhythmus, dass ich da links unten auf die Anzeige gar nicht mehr so sehr achten muss. Ich spiele da schon immer mal noch hin. Aber zu spät. Ah ne, doch. Hätte ich, hätte ich durchziehen können. Schade. Hätte ich gerafft. Aber wenn ich den das nächste Mal umgehauen habe, dass ich es noch mal hinkriege, dann nehme ich noch mal einen Heiltrank. Okay, jetzt lag er nicht flach. Okay, vielleicht ist das schon sein Ende. Nice. So, haben wir es doch gepackt. Ohne jetzt hier irgendwie Hasher. Echt jetzt? Der hat nur einmal Metallschrott hinterlassen. Ich gehe kaputt, ey. Der Mutant. Zwei Handgranaten. 34 Alexit. Genau. Der Särker Plünderer. Äh, Plündern. Plünderer. Fragt er noch was? Ne. Brause. Raketenbrause. Schön. Ein paar Heiltränke. Ein paar normale Heiltränke. Lass es rein. Ah, das normale Klopapier, das gefällt mir so nicht. 50 Alexit. Wie viel Kohle haben wir mittlerweile eigentlich? 907? Okay, ich würde sagen, wir sind so gut wie bereit für Eckhard, oder? Ah, der hat auch nochmal zwei Handgranaten dabei. Abgegriffenes Notizbuch erhalten. Okay. Schauen wir direkt mal rein, wenn ich alles geplündert habe. Noch ein Bett. Ah ja, genau. Die kurze Nachricht hatten wir auch noch. Mir reicht's. Hab vorhin schon wieder diese Viecher getötet. Die Stadt schlägt niemanden. Denen wir... Denen sind wir scheißegal. Ich gehe jetzt selber raus und kümmere mich um das Ungeziefer. Wenn du in der Zwischenzeit zurückkommst und mich suchst, dann findest du mich bei den eingestürzten Tunneln. Ich werde den Rest unserer Minen nehmen und die Straße dort verminen. Die Viecher mache ich fertig, bin gleich zurück. Ja, okay, da waren wir schon. Achso, war das die kurze? Ne, hier oben. Das abgegriffene Notizbuch. Arbeitsbericht. Tag 17. Die Hütten sind aufgestellt. Hier an der Bergflanke ist es geschützt. Tag 18. Habe meine Leute auf Erkundungstour geschickt. Waren erfolgreich jagen. Tag 19. Einer der Jungs hat mit der Geschichte von der Geheimtaverne angefangen. Wir haben ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Tag 20. Der Frischling ist verschwunden. Haben alles abgesucht. Keine Spur von ihm. Tag 21. Haben auf der Suche doch tatsächlich einen Höhleneingang gefunden. Sind den Mutanten darin nur knapp entkommen. Dem Frischling konnten wir nicht mehr helfen. Hoffentlich verfolgen sie uns nicht. Ja, leider doch. Leider doch. Die sind euch gefolgt. Haben euch gründlich auseinandergenommen. Okay. Dann sind wir bald da. Da oben. Da ist die Hütte. Da steht Eckart nebenan. Komm her. Ich habe keine Angst vor dir. Ah shit. Ich habe keine Angst vor dir. Da sind noch wieder ein paar Raptoren unterwegs. Sollte ich vorsichtig sein. Da hinten ist noch so ein Hohenwolf. Und einige Heilpflanzen gibt es hier. Da drüben ist noch einer. Wenn ich keine Ausdauer habe. Okay. 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 Puh. Davon war aber noch einer irgendwo. Da. Noch mehr? Äh. Nö. Ah shit. Ich wollte mal den ersten Schlag lassen. Das ist ja fast vergessen. Der war knapp. Hahaha. Alter. Da hatte ich wahrscheinlich noch genau einen Lebenspunkt oder so. So. Da oben will ich hin. Wollen wir Eckart noch hauen. Halt. Doch. Können wir auch hier durch. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist angeblich Harley. Er hat einen anderen Namen, aber den verrät er uns nicht. So. Äh. Stand Eckart nicht hier rum. Ach ne. Der stand dort. Dann wechsel die beiden immer. So. Das Lager hier ist zu klein für uns beide. Kein Problem. Wird sofort erledigt. Okay. Wir machen deutlich mehr Schaden als beim letzten Mal. Aber. Ho. Du. Böser Eckart. Aber der haut halt echt ordentlich zu ne. Der durchbricht mal eben so meine Verteidigung. Nein. Noch mal. Den kriegen wir heute noch kaputt. Das machen wir noch. Das Lager hier ist zu klein für uns beide. Kein Problem. Wird sofort erledigt. Was? Du siehst aer politicien, es war ja fair. Oh. At Germany. Oh. Oh. Deine Antwort. Oh. Herzlichstying ist ungerecht. Ja. Det Bonelt nie Er kommt wieder an einem anderen agentischen Harten zu nehmen. Oh. Wird ein sehr optimaler guardiert. Hand Sent Brown. Woher? Shit. Wenn er den macht, dann kann ich angreifen, aber... Oh, schon wieder. Kalt. Oh, hat er mich aus der Luft gefegt. Das war jetzt aber auch wieder eine dumme Stelle, ne? Das war wieder... Da so ein bisschen am Stein... Lass mich doch erst mal... Mann! Lass mich erst mal meine Waffe zücken. Na, komm. Na, gibt ja diesen Exploit, dass man einfach weiter leicht auf die Gegner haut. Solange die keine Ausdauer haben und dann bleiben die halt liegen und dann kannst du die in Ruhe töten. Dauert dann halt eine Weile. Aber das will ich nicht. Du kannst nicht zuhören, du hast keine Ausdauer. Doch jetzt kannst du. Warte noch kurz. Haha. Aus diesem einen komischen Seitenwärtsschlag den genau. Da kann ich angreifen. Shit, hat nicht ganz erwischt. Hat nicht ganz getroffen. War aber gut. War aber gut. Ne, da auf gar keinen Fall, wenn er den macht. Wenn ich da runter nehme, dann hat es sich für uns erledigt. Ah, den meinte ich. Na, reicht's dir? Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Ein bisschen braucht er noch. Ja. 1000 EP. Wo bin ich? Plus 100 nochmal. Ja. Wir haben es gepackt, Mann. Na, Pussy? Was willst du denn noch? Hast du nicht schon genug Schaden angerichtet? Es reicht jetzt. Konzentrieren wir uns auf Wichtigeres, als uns gegenseitig aufzureiben. Wie ist jemand wie du hier gelandet? Ich war damals in der Garde von Abessa City. Bei einem der vielen schweren Angriffe der Alps damals sind wir von den Klerikern an die Front befohlen worden. Es war ein aussichtsloses Unterfangen und die Schweine da oben wussten das. Bin dabei fast drauf gegangen. Nie wieder gehe ich dahin zurück, sag ich dir. Das hier ist jetzt mein Zuhause und jenen, der es bedroht, werde ich bis aufs Blut bekämpfen. Wie kann ich dich beim Sichern des Lagers unterstützen? Hm. Du willst uns wirklich helfen, ja? Dann besorg uns mehr Männer. Die Mutantenbrut da draußen würde uns nur zu gerne auf die Pelle rücken. Du redest von loyalen Waffengefährten. Genau. Wir brauchen gute Kämpfer, auf die man sich verlassen kann. Keine Dünnbrettbohrer, die beim ersten kleinen Mutantenangriff die Flucht ergreifen. Ich besorge gute Kämpfer. Ja? Du meinst, du kriegst das hin? Hm. Na schön. Dann geh und rekrutiere sie. Sie müssen dir aber schon als deine Waffengefährten bedingungslos in den Kampf folgen. Wenn du mir mindestens drei brauchbare Kämpfer nennen kannst, die dir folgen, dann wären wir schon einen großen Schritt weiter. Und beeil dich besser damit, bevor die Mutanten wieder angreifen. Ah, Arx, okay. Arx ist ein ehemaliger Alp. Doch jetzt ist er mein Waffengefährte. Ist das dein Ernst? Puh, tja. Man nimmt, was man kriegt. Hoffentlich fällt er uns nicht in den Rücken. Na gut, dann mach mal weiter. Wir können hier jeden guten Kämpfer gebrauchen. Sehr gut. Boah, wir haben grad 1600 AP insgesamt gekriegt. Reicht schon fast wieder für das nächste Level. Wir können ja nochmal ganz schnell mit dem Boss hier reden. Ah, hallo. Du bleibst auch friedlich. Quatsch. Opa, stimmt ja da hinten rum. Gibt's hier was? Nö. Das da war, glaub ich, der Boss, ne? Der dort hinten. Sehr gut. Geil, kann ich mal wieder ein bisschen mehr von dem Fleisch nehmen als von unseren Heiltränken. Leute. Dein Lagermeister Eckert ist ein harter Hund. Ja, das ist er. Aber ich bin froh, dass er da ist. Ohne seine Qualitäten als Kampfstratege wären wir schon so manches Mal von angreifenden Mutantenhorden überrannt worden. Er ist zwar etwas ruppig, aber ich denke, er weiß es zu schätzen, dass du ihn unterstützen willst. Hm. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Bring mir etwas bei. Sicher. Wir können davon nichts erlernen. Schade. Okay, der kann uns auch ein bisschen was beibringen. Genau, beim Turm gab es ja diese eine Tür, die geschlossen war. Und von ihm haben wir jetzt den Schlüssel bekommen. Sehr gut. Schauen wir es uns doch direkt mal an. Halt, hier gab es noch irgendwo ein Setzerbrot. Was war das denn? Ach, da hinten. Genau. Jo, neue Attributspunkte. Ich weiß noch nicht genau, woran ich sie investieren möchte. Wahrscheinlich auch wieder in Stärke. Was ich aber mal mache, was ich überhaupt nicht leiden kann, eigentlich hier oben. Wir brauchen halt jetzt hier zwei Punkte, um da einen aufzusteigen. Das würde ich mal auf 24, äh auf 25 erhöhen. Und den Rest dann vielleicht investieren wir in irgendwas anderes. Wenn wir wissen wofür. So, unser eigenes Lager. Sehr schön. Hier liegt nichts rum. Nichts. Hier sind Tresoren. Echt jetzt? Mein eigener Tresor ist, äh, verschlossen. Okay. Ah, hier hinten. Klappstuhl. Ach, guck mal. Sogar noch mal EP bekommen, wenn wir hier reingegangen sind. Anleitung. Mächtige Haie dran gehalten. Halbpflanz, Elektroschrott, Elexit, kleiner weißer Stein. Puzzle? Ach. Doch nicht für die Kartenteile. Was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Kartenstück 5 hinzugefügt. Geil. Okay, das finde ich fett. Verschlossener Tresor. Puzzle. Genau. Da drüben noch irgendwas? Ne. Schön. Wunderbar. Okay. Geil. Das ist echt super. Da haben wir da unser eigenes kleines Lager. Ach ja, hier war dann auch die Treppe. Genau. Sehr schön. Vor allem, dass wir da halt auch den gleichen Mann hatten, den wir hier her schicken konnten. Ich möchte... Kein Problem. Ach, ab 1000 ging das los. Ich würde schon gerne einen Händler hier haben, muss ich sagen. Könnten wir uns leisten? Wir hatten auch einiges zu verkaufen. Wenn du... Da steht hier wieder Zollkrumm. Na, das überlege ich mir mal noch. Vielleicht können wir das erstmal irgendwo vielleicht anders nochmal sinnvoller investieren, das Geld. Wir sehen uns später. Okay. Ja, dann machen wir für heute hier Feierabend. Das war's von mir. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und haut rein. Bis die nächsten mal. Ciao.